Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Angie White. Höchste Zeit zum Aufwachen, 31. Juli Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Römer 13, Verse 11 und 12 Der große Kampf nähert sich seinem Ende. Jede Nachricht eines Unglücks auf dem Meer oder zu Lande bestätigt die Tatsache, dass das Ende aller Dinge vor der Tür steht. Kriege und Kriegsgeschrei zeigen es. Gibt es da einen Christen, dessen Puls nicht schneller schlägt, weil er die großen Ereignisse erwartet, die sich vor uns auftun? Der Herr kommt. Wir hören die Schritte eines näherkommenden Gottes. Das Wissen um die Nähe des Kommens Christi darf nicht an Kraft verlieren, sonst werden wir nachlässig und unaufmerksam und schlafen ein. Werden abgestumpft und der Wirklichkeit gegenüber gleichgültig. Im Schlaf befinden wir uns in einer unwirklichen Welt. Wir nehmen nicht wahr, was sich um uns her abspielt. Es gibt Menschen, die vom gleisenden Licht der Wahrheit förmlich umgeben sind, doch sie spüren es nicht. Sie sind vom Feind bezaubert, stehen unter dem Band seiner Zaubermacht. Sie bereiten sich nicht auf den großen Tag vor, der bald über unsere Welt hereinbrechen wird. Sie scheinen für religiöse Wahrheit völlig unempfindlich zu sein. Gibt es nicht einige junge Leute, die wach sind? Solche, die sehen, dass die Nacht kommt und auch der Morgen, sollten mit unermüdlicher Energie daran arbeiten, ihre schlafenden Genossen zu wecken. Können sie deren Gefährdung nicht erkennen, für sie beten und ihnen durch ihr eigenes Leben und durch ihren Charakter zeigen, dass sie selber glauben, dass Christus bald kommt? Der schnell schwindende Zeitabstand zwischen uns und der Ewigkeit sollte uns tief beeindrucken. Jeder vergehende Tag ist einer weniger, an dem wir daran arbeiten können, unseren Charakter zu vervollkommenen. Solange so viele schlafen und viele die kostbaren Stunden in leichtsinniger Gleichgültigkeit vergeuden, und das an der Schwelle zur ewigen Welt, sollten alle Gläubigen nüchtern, wach, ernst und fleißig sein und wachen und beten. Habt ihr, lieben jungen Leute, eure Lampen hergerichtet und angezündet? Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Nächstes Mal beginnen wir einen neuen Abschnitt mit dem Thema Heiligung, Versiegelung und das Heiligtum. Die erste Andacht am 1. August trägt den Titel In diesen Stunden der Gnadenzeit. Die erste Andacht am 1. August trägt den Titel In diesen Stunden.